inspirieren tun mich oft leute also zu denen ich aufschauen kann ja einfach zu sehen wie erfahrene pirater schon arbeiten und dass man dieses level auch erreichen kann zu sehen wie wir miteinander großartiges schaffen können und wirklich in kurzer zeit viel bewegen diese diese abwechslung die verschiedenen themen die wir hier haben die verschiedenen projekte immer wieder was neues zu machen herausfordernde aufgaben wenn ich lob und anerkennung bekommen menschen die positiv sind die optimismus ausstrahlen die energie haben und die mit leidenschaft dabei sind erfolg zu haben und auch wissen neues wissen mir anzueignen leute die spaß an der arbeit haben die dinge bewegen wollen